Manchmal ist es notwendig, dass ich den Inhalt einer Tabelle als Text zur Verfügung habe, damit ich ihn besser formatieren kann oder weiterverarbeiten kann. Und um den jetzt nicht mühsam entsprechend hier rauszukopieren, STRG-C, STRG-V, gibt es die Möglichkeit, Tabellen in Text umzuwandeln. Dazu muss ich die Tabelle markiert haben. Dann sage ich Tabellentools, Layout und hier steht in Text konvertieren. Und ich kann jetzt auch entscheiden, welche Trennungen diese einzelnen Textteile dann bekommen sollten. Also ich könnte sagen Absatzmarken, das ist dann so viel wie zwischendrin geschaltet. Ich habe jetzt hier dann alles untereinander. Ich kann aber auch hergehen und sagen, es soll alles in Kommata abgetrennt sein. Ich kann hier aber auch sogar mein Zeichen selber bestimmen. Oder ich sage Komma, Leerzeichen, das macht er nicht, aber Leerzeichen extra könnte ich hier auch einfügen. Und dann sehe diese Tabelle so aus. Ich mache es mal nochmal rückgängig und dann machen wir das Ganze mit dem Komma. Und dann habe ich die ursprüngliche Tabelle in Text umgewandelt und die einzelnen Teile sind mit Kommata abgetrennt. Und ich kann jetzt aber auch den umgekehrten Weg gehen. Ich kann diese Textteile markieren. Ich weiß, zwischen diesen einzelnen Teilen sind Kommas gesetzt und dann gehe ich auf Einfügen, Tabelle, Text in Tabelle umwandeln. Wenn ich das hier auswähle, dann wird mir auch vorgeschlagen, okay, es sind vier Zeilen. Also Zeilenzahl stimmt schon mal. Die Spaltenzahl, die kann ich schon nochmal variieren. Aber er erkennt das automatisch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Also sechs abgetrennte Bereiche gibt es hier. Anrede, Name, Vorname, Straße, Wohnort und Postleitzahl. Und deshalb schlägt er hier sechs Spalten vor. Die Abtrennung erfolgt immer durch ein Komma. Und wenn ich hier auf OK gehe, dann habe ich hier entsprechend jetzt diese Tabelle wieder. Also wenn ich hier raus shedding, dann hole ich hier eine Phase.